Aktien 2.0. Der tägliche Ausblick auf Börse und Aktien. Hören und investieren mit Admirals und Analyst und Daytrader Jens Klatt aus Berlin. Hallo, es ist Dienstag, der 25. Juli 2023 und heute wollen wir uns einen Blick auf die Wall Street gönnen, die vor einer wirklichen spannenden Handelswoche steht. Mit der FED, aber ganz besonders natürlich den Quartalszahlen von Microsoft, von Facebook, Querstrich, Meta oder auch Google. In wenigen Sekunden gibt es mehr zu den Details. Risikohinweis. Keine daher getätigten Angaben und Informationen sind als Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten zu verstehen, sondern dienen lediglich allgemeiner Information. Es wird hierbei ausdrücklich keine Anlageberatung offeriert. Jeder Handel birgt Risiken. Den ausführlichen Risikohinweis finden Sie in den Shownotes. Nun zunächst einmal die Frage, wo stehen wir übergeordnet? Tja, die Wall Street ist erstmal solide in die neue Handelswoche gestartet. Geprägt wird diese sein von den Microsoft- und Google-Quartalszahlen am Dienstag, also heute dann nachbörstlich, dann Meta bzw. Facebook am Mittwoch und natürlich der FED-Leitzinsentscheidung, die ebenfalls am Mittwoch, aber noch vor den Facebook-Earnings dann über den Ticker laufen werden. Und wie bereits in den vergangenen Podcasts thematisiert, warten die Marktteilnehmer besonders gespannt auf frische Impulse von der Makrofront und hier von der FED. Wie bereits gesagt, es geht bei der US-Notenbank weniger um die Frage, hebt sie den Leitzins und weitere 25 Basispunkte an, sondern es geht vielmehr um die Frage, was kommt denn in den Jahresschluss, was kommt also danach? Vielleicht ist auch die Frage, wird es Hinweise geben, wie es 2024 weitergeht, eine, die die Marktteilnehmer natürlich bewegt. Und dann wird abzuwarten sein, wie die Wall Street in Form des S&P 500 und Nasdaq 100 reagiert. Sollte die FED wirklich durchscheinen lassen, dass es das im Rahmen ihres Zinsanhebungszyklus erstmal war und keine weiteren Zinsschritte folgen, dann wäre das auf jeden Fall auf den ersten Blick zumindest positiv für Aktien. Oder? Tja, die Frage, die im Raum stünde, die wäre meiner Einschätzung nach, wie viel von diesem, sagen wir, günstigen Umfeld für Aktien ist bereits eingepreist im Rahmen der jüngsten Rallye, die wir zu sehen bekommen haben. Und hier besteht dann tatsächlich die realistische Gefahr eines kurzfristigen Rücksetzers, beziehungsweise eines eher durchwachsenen Sommers an der Wall Street. Aber diesbezüglich ist tatsächlich erstmal, bis dato jedenfalls, alles Spekulation. Warten wir mal ab, haarende Dinge, die da kommen, sind geduldig und widmen uns jetzt zunächst einigen Einzeltiteln und beginnen heute mit American Express. Abgekürzt oft als Amex oder Amexco, ein weltweiter Anbieter von Finanzdienstleistungen. American Express bereits am Freitag vorbesslich mit Zahlen behielt seine Prognose für den Gesamtjahresgewinn bei, was seitens der Marktteilnehmer eher mit Verstimmung aufgenommen wurde, übertraf aber wenigstens die Schätzungen zu den Ausgaben seiner jungen und wohlhabenden Kunden. Amex bekräftigte seine Gewinnprognose pro Aktie für das Gesamtjahr 2023 von 11 bis 11,40 Dollar, was leicht über der Erwartung der Wall Street von im Schnitt 11,11 Dollar pro Aktie gelegen hat. Während die Verbraucherausgaben für die Karten des Unternehmens im Quartal ein Rekordhoch erreichten, kommt die doch eher glanzlose Prognose inmitten eines unsicheren wirtschaftlichen Umfelds, in dem Kreditgeber als Vorsichtsmaßnahme gegen Zahlungsausfälle Rücklagen für schlechte Zeiten weiter hochfahren. So beliefen sich die gesamten Rückstellungen von Amex für Kreditausfälle im zweiten Quartal auf 1,2 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 410 Millionen US-Dollar noch im Vorjahr. Der gesamte Netzwerkumsatz, das gesamte Netzwerkvolumen, stieg im zweiten Quartal um 8 Prozent auf 426,6 Milliarden US-Dollar. Der CEO Stephen Squirey, der sagte, die Ausgaben von Kartenmitgliedern erreichten ein weiteres Allzeithoch und stiegen währungsbereinigt um 8 Prozent, angekriegen durch ein zweistelliges Wachstum der Ausgaben von US-Verbrauchern und internationalen Kartenmitgliedern. Amex ist bisher weitestgehend von den Auswirkungen steigender Preise für nahezu jedes Gut von Energie bis hin zu Lebensmitteln verschont geblieben, da eher junge und gut betuchte Kunden weiterhin einkaufen, auswärts essen gehen und auch reisen. American Express sagte, dass Millennials und Verbraucher der Generation Z nach wie vor die am schnellsten wachsende Kundengruppe seien und 60 Prozent der weltweit neu erworbenen Verbraucherkonten ausmachen, während die Ausgaben der Gruppe in den USA im Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozent stiegen. Für das abgelaufene Geschäftsquartal meldete das Kreditkartenunternehmen ein Gewinn von 2,89 Dollar pro Aktie und übertraf damit die durchschnittliche Erwartung der Wall Street von 2,81 Dollar. Zeitgleich stieg der Gesamtumsatz abzüglich Zinsaufwendungen um 12 Prozent auf 15,05 Milliarden US-Dollar. Während die initiale Reaktion jetzt am Freitag eher schwach war, würde ich mir dennoch eine Alarmlinie um rund 178 US-Dollar in den Chart legen wollen, mit Blick auf einen möglichen Ausbruch höher, der dann in den kommenden sechs bis zwölf Monaten realistisch den Weg zurück in Richtung 190 Dollar und auch höher ebnen könnte. Also, das war American Express, Börsenkürzel AXP. Dann wollen wir einen Blick werfen auf Schlumberger, weltweit größtes Unternehmen für Erzöl-Explorations- und Ölfeld-Service. Schlumberger, am Freitag vorbesslich ebenfalls mit Zahlen, erzielte einen Quartalsgewinn von 72 Cent pro Aktie und übertraf damit die Erwartung der Wall Street von 71 Cent pro Aktie und deutlich über dem vor einem Jahr im Vergleichsquartal ausgewiesenen Gewinn somit von 50 Cent pro Aktie damals. Noch vor einem Vierteljahr wurde erwartet, dass Schlumberger ein Gewinn von 61 Cent pro Aktie ausweisen würde, auch damals die Erwartung mit 63 Cent übertroffen. Und es scheint wahrscheinlich, dass sich dieser Trend mit den potenziell einen Boden gefunden habenden Notierungen in Öl in den kommenden Quartalen fortschreibt. Schlumberger wies zudem für das abgelaufene Quartal einen Umsatz von 8,1 Milliarden US-Dollar aus, lag damit aber unter der Erwartung der Wall Street, wenigstens aber über dem Vorjahresumsatz im Vergleichsquartal, wo dieser 6,77 Milliarden US-Dollar betragen hat. Die Aktie von Schlumberger könnte im Bereich Erdöl-Exploration und Ölfeld-Service durchaus einen näheren Blick wert sein, hat bis dato ja im Jahr 2023 schwächer performt als der übergeordnete Markt, aber mit einem Vorstoß jetzt über 59 Dollar auf neue Jahreshochs und den ebenfalls ausmachbaren Bodenbildungstendenzen in Öl und potenziell auch dann anziehenden Kursen hier in diesem Zusammenhang, wäre nicht auszuschließen, dass die Aktie von Schlumberger in den kommenden 6 bis 12 Monaten tief zurück über die 60-Dollar-Marke läuft. Ohne Frage wird es in diesem Zusammenhang interessant zu sehen sein, wie sich die Schätzungen für die kommenden Quartale und das laufende Geschäftsjahr seitens der Analysten in den kommenden Wochen ändern. Die aktuelle Konsens-EPS-Schätzung, die liegt bei 78 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 8,48 Milliarden US-Dollar für das kommende Quartal und bei 3 Dollar bei einem Umsatz von 33,28 Milliarden US-Dollar für das komplette Geschäftsjahr. Also, Ausblick für Schlumberger durchaus interessant und die Aktie einen näheren Blick wert. Das war also Schlumberger, Börsenkürzel, SLB. Und final wollen wir einen Blick werfen auf AMC Entertainment, weltweit operierender Betreiber von Kinos. Gleich vorab keine Investment-Idee an dieser Stelle, einfach nur reiner Informationshalber. AMC am Montag zum Wochenstart nämlich auf meiner Watchliste ganz oben und ganz grün, also tiefgrün mit Aufschlägen von zeitweise über 50% zum Freitagsschlusskurs. Was war geschehen? Ein Richter blockierte am Freitag nach Börsenschluss einen vorgeschlagenen Vergleich zu AMCs Aktienumwandlungsplan, der es dem Unternehmen ermöglichen würde, mehr Aktien auszugeben, was zu einem Kurssprung dann in der AMC-Aktie führte, der Stammaktie, und einen Kurssturz in den Vorzugsaktien, die unter dem Ticker-Symbol APE laufen, also A-P-E. Das Gericht sagte, dass sie den Vergleich in der vorgelegten Form nicht genehmigen könne, da dadurch potenzielle Ansprüche von Vorzugsaktionären, die in der Klage oder im Vergleich nicht vertreten waren, entfallen würden. Ganz kurz vielleicht zur Erinnerung, was es damit auf sich hat. AMC wurde im Februar verklagt, weil man angeblich eine Aktionärsabstimmung manipuliert haben sollte seitens des Managements, die es AMC ermöglicht hätte, Vorzugsaktien in Stammaktien umzuwandeln und somit hunderte Millionen neuer Aktien auszugeben. Die Umwandlung würde den Aktienkurs der Stämme verwässern, logischerweise, denn es gibt ein Mehrangebot an Aktien bei zeitgleich keiner Veränderung der fundamentalen Situation. Und er würde es AMC allerdings ermöglichen, einen Teil seiner Schulden in Höhe von aktuell 5,1 Milliarden US-Dollar zurückzuzahlen. AMC hatte den Anlegern gegenüber mitgeteilt, dass es in einem untragbaren Tempo Bargeld verbrennen würde und warnte davor, dass die Unfähigkeit, Kapital zu beschaffen, das Unternehmen in den Barkott treiben könnte. Gegen den Vergleich gingen jetzt mehr als 2.800 Einwände von Aktionären ein. Ein Ausmaß an Interesse, das das Gericht im Urteil von Freitag als beispiellos bezeichnete, sagte konkret, Die Aktionärsbasis von AMC ist außergewöhnlich, so die Richterin CERN und fügte hinzu, dass viele sich leidenschaftlich um ihren Aktienbesitz und das Unternehmen kümmern würden. Wie dem auch sei, die Aktie von AMC als langfristiges Investment keine Option. Meine Ausführungen sind an dieser Stelle, wie gesagt, allenfalls rein informativ und nochmal im Rückblick vielleicht auf die damalige AMC GameStop Meme Stock Squeeze, die wir Anfang des Jahres 2021 gesehen haben. Also, das war AMC Entertainment, Börsenkürze AMC. Und das war der Admirals Aktien Podcast heute am Dienstag, den 25. Juli 2023. Denken Sie daran, die Republik kann traden und sie kann traden und investieren 2.0 mit Admirals. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann hier morgen am Mittwoch auch wieder reinhören würden und verbleibe bis dahin mit einem Happy Trading. Passen Sie auf die Stops auf, haben Sie sich wohl, machen Sie es gut. Bis dann und tschüss. Das war Aktien 2.0 mit Jens Knatt. Wir freuen uns, Sie auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Neu an jedem Börsentag am frühen Nachmittag.